Und damit ein recht herzliches Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde zur Retro-Gaming-Corner bzw. Retro-Gaming-Club hier bei Trans17TV. Euer T, euer Transec für euch, wie immer am Mic. Schön, dass ihr das Projekt so schön unterstützt. Das freut mich, dass euch die Retro-Gaming-Corner hier so gut zusagt. Ja, und wir machen hier heute weiter Wonderboy in Monster Lair. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, Retro-Gaming ist ja auch geil. Ist immer noch und immer wieder ein Thema. So, Game Start. Dann wollen wir mal. Aha. Springen kann ich ja nicht. Okay. Okay. Ah, schießen kann ich ja. Nice. Okay. Und springen ist so. Okay. Okay. Gar nicht mal schlecht. So ein bisschen Sonic-mäßig. Ah, shit. Oh, oh. Äh, ich gehe mal. Hier runter. Eine Erdbeere. Da kann ich nicht runter. Okay. Dann wollen wir mal sehen, dass wir hier einigermaßen heil raufkommen. Oh, 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 oh. Wow. 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 Teilweise echt geme... Wow, shit. Wow. Ja, das versuchen wir gleich nochmal, würde ich sagen. Wow. 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 So, die nehmen wir auch noch mit, die Zitrone hier. Das sieht doch schon mal gut aus. Haben wir den ersten Level schon mal gepackt hier. Boah. Oh, Bonus-Level. Nice. Oh, 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 oh. Oh, ich hab mal die Waffe mitnehmen sollen. Oh. Oh, hier, andere Waffe. Oh, nice. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gar nicht mal schlecht. Oh, hier als Endgegner. Boss. Boss Fight. Boss Fight. Wow. Komm, den kriegen wir, den kriegen wir. Wow! Der gewinnt. Der macht sich ja mal wieder fit hier. Ah! Komm, wir haben ihn leicht. Wow, 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 wow. Das gibt's doch nicht. Wow! Aber knapp. Wir haben ihn fast gehabt. Beziehungsweise, wir haben ihn gehabt. Der ist ja explodiert hier. Ja, wir haben ihn. Wie gut, dass es damals noch die Credits gab. Das war die Bonusrunde. Sehr schön. Wow, nice. Kann man noch ein paar Points aufsammeln hier. Neue Waffe. Wow, was ist das denn für eine coole Waffe hier? Mega nice. Was? Wieso bin ich da denn gestorben? Mega Quatsch. Wow, 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 wow. Gib mir mal die Waffe. Shit. Ja, kann ich die retten? Und was muss ich denn da machen? Das habe ich die Liebste nicht gerettet hier, wa? Kann ich, wenn ich die berühre? Erdbeere haben uns auch gekrallt. Wow, wow, wow. Jetzt kommt die auch von hinten hier. Ah, die Waffe, schade. Die hätte ich gut gebrochen können. Schöne Stück Torte ist auch nicht schlecht. Oh, nächster Level. Cool. Einen haben wir noch. Oh, Bonus-Level. Bonus! Oh. Mega schwer geworden, ja? Oh, die ist aber nicht so gut, die Waffe, ja? Wow, wow, wow. Das war klar. Oh, Alter. Was geht hier denn ab? Gib mir die Waffe. Ach, Shit. Das ist ja für ein fieser Endgegner hier. Boah, Alter. Boah, Alter. Überhaupt keine Sonne. Wow, 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 wow. Keine Sonne. Ein Teil muss ich noch abschießen. Das grüne. Ich glaube, das könnte klappen. Da, endlich. Meine Güte. Das war eine harte Nuss hier. Gar nicht mal schlecht, das Spiel. Wow, wow, wow. Mega schnell. Wow, mega schnell. Umgerannt. Andere Waffe. Ja, da hat man wie eine Sonne hier. Oh, die ist ja geil, die Waffe. Wow. Geil. Ich hatte auch noch diese fiesen. Wow. Nein. Oh, keine Sonne. Aber richtig cool. Doch, hat echt Laune gemacht. So eine kleine Runde hier. Wonder, Wonder Boy oder was, ja genau, Wonder Boy 3. Ja, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch wieder genauso gut gefallen wie mir. Segat 1990. Das waren noch Zeiten hier. Ja, ich bedanke mich bei euch, wie immer, für die Aufmerksamkeit. Lasst doch bitte eine Bewertung da, lasst einen Daumen da und vergesst die Glocke nicht, vergesst das Abonnieren nicht. Bis zum nächsten Mal. Besucht mich auch gern mal auf Instagram unter Transact Producing. Haut rein, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und ciao. Bop, 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 Bop.